So, Leute, ich bin's wieder, TorbenPay, und heute, bei diesem Satzab, spielen wir mal in Seven Days. Ich hab noch keine Ahnung, was uns erwartet. Starten wir mal spielen. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus, so auch mit der Blume da. Oh. Ich bin nicht müde, ich bin gar nicht aufgeschaut. Das hat was von Minecraft, muss ich sagen. Aber ein bisschen creepy ist es schon. Verschlossen. Da kommen wir nicht raus. Verschlossen. Jetzt ne Uhr. Das sind viele alte Bücher. Und hier? Das sind noch viele alte Bücher. Und hier ist alte Blumenvase. Aber es hat schon was Gruseliges, muss ich echt sagen. Merk ich jetzt schon. Die Tür klemmt. Die geht auch nach außen auf. Das ist ein Fernseher. Ich kann nicht hier ausschalten. Der wird's erstmal hin. Was ist hier los? Okay, ich glaub' wir müssen versuchen, nicht verrückt zu bleiben. Ich glaub' das Spiel will uns einfach nur psychisch komplett fertig machen. Das Spiel wird da doch komplett leer, okay. Ah, das... Das ist total creepy. Ich mach' die Tür lieber wieder zu. Oh Gott, jetzt sind wir hier in einem Gefängnis? Das sieht aus Blut. Was ist hier eigentlich los? Say. Oh. Leute. Bitte, was soll das immer? Ich hab' keine Ahnung, was das Ziel des Spiels ist. Können wir hier irgendwas aufnehmen? Ich hab' keine Ahnung, ich weiß den Code nicht, tut mir leid. Okay, gehen wir erstmal weiter. Klemmt. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Klemmt. Wahnsinn schon. Hä? Tut mir leid, aber... Verschlossen und die war auch verschlossen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen. Oh, das war die Tür. Gehen wir nochmal alles durch. Genau, hier war der Fernseher, den man nicht ausschalten konnte. Ich kann mal was mit den Bildern, ey. Genau, hier war dieser komische Raum, wo Say stand. Aber mehr war da doch auch nicht, oder bin ich blöd? Genau, und dann wurde einem richtig komisch. Aber hier ist sonst nix. Hey. Wartet Leute, das könnte das Lösungswort sein für ihr. Wo war das hier, ne? Ja. Ja. Und... Und... Ist auf. Fragen wir, ob das hier mit hatte. Bibliotheksschlüsse. Okay, wir müssen die Bibliothek suchen. Die klemmt das halt. Wahrscheinlich ist es eine Tür, die nicht klemmt, sondern verschlossen ist. Was passiert hier? Okay. Warum was jetzt so eine Musik kommt schon wieder? Oh, man. Man sieht schon kaum was, ne? Okay, Bibliothek hin und her. Hier sehe ich nur viele alte Bücher. Komm her, wenn jemand hier ist. Das weiß ich nicht. Ja, okay, also wir sind hier in der Bibliothek. Aber... Was bringt uns das? Die Frage. Wir sollen doch jetzt nicht jedes einzelne Bücherregal hier abklappern, oder? Oder? Hm, Leute. Das ist schwer. Da weiß ich echt nicht. Was ich machen soll. Ja, Bücher. Moment mal, das Blut fließt hier hin. Ich habe einen schwarzen Schlüssel in der Bücherei gehabt. Schwarzer Schlüssel aus einem ganz losen Metall. Okay, habt ihr gemerkt? Das Blut hat uns schon wieder geholfen. Schwarz. Glanzlos Metall. Okay, wir haben mal neu ein Schlüssel und ein merkwürdig, gruselig im Raum. Weißer Schlüssel. Ich rate einfach mal, der gehört zur weißen Tür. Etwas scheint, das von der anderen Seite zu kippieren. Ah, was ist das? Ah, ich habe richtig Gänsehaut. Ich habe richtig Gänsehaut gerade. Tut mir leid, Leute. Aber was zum Teufel? Wir kommen immer noch nicht rein. Oh mein Gott. Die ist jetzt ebenfalls verschlossen. Kommen wir jetzt hier überhaupt noch raus? Okay, wieder nochmal kommen wir jetzt. Leute. Die Zeit ist doch nicht gekommen. Warte, Leute. Wie mich dieses Spiel packt. Das ist jetzt kein Scherz. Ich weiß echt nicht, was hier abgeht. Wieso? Boah. Also hier scheint es irgendwas festzuhalten. Ich meine, das Spiel heißt auch Seven Days. Jetzt klemmt die Tür. Hier geht wieder eine Nachricht. Schlafen können wir nicht. Schlüssel haben wir verloren. Oh, das ist jetzt... Ey, wenn wir gleich wieder so eine Scheiße erschreckt werden, ne? Geh ich jetzt einfach mal von aus. Schublade ist verschlossen. S.A.M. S.A.M. Er hat da geklopft. Er hat da geklopft. Hallo? Oh, ein Schlöffel. Warum? Also, die Spiele ist wahnsinnig kuselig, muss ich sagen. Steht hinter der Uhr. Oh, ich möchte dieses Rätsel natürlich gelösen. Ich möchte dieses Rätsel natürlich gelösen. Der Schrank ist leer. Okay, dann geben wir mal den Gang. Jetzt schon wieder werden wir so bestellen. Ne? Ihr wisst schon. Gemacht. Wieder ein Fernseher und ich gehe mal davon aus, dass wir den... Den können wir ausschalten. Aber was bringt mir das? Inventar ist leer. Und hier ist wirklich nichts? Ne, hier war nichts. Ich meine, hier ist ja auch nur so ein Käfig. Oh Gott, Leute. Und hier in den Schubladen war nichts, ne? Ne. Ich kam schon wieder nicht weiter. Okay. Hier sind wir eigentlich schon alles durchgegangen. Diese Engänge sind grauernhaft. Genau, hier haben wir den Schlüssel hier gefunden. Und sind dann... Hier rein. Genau, hier durch. Und hier war diese Uhr. Irgendwo verbergt sich da noch ein Geheimnis. Ja, hier war nichts. Hier ist noch so ein Käfig. Und da drüben war eigentlich ein guter Raum. Wo ich dachte, dass wir was finden, aber... war nicht so ein Geheimnis. Was ist denn da? Warum? Warum tut mir das Bild das an? Aber ich habe trotzdem nichts ins Inventar bekommen, keine Ahnung, es ist ja Blut, es kommt aus dem Käfig, ach du Scheiße. Ah, wo gehen wir hin, wo gehen wir eigentlich hin, oh mein Gott, das Spiel ist, was ist das? Was ist das hier für ein Spiel, ey? Nein! Hä? Wieso? Wieso? Wieso passiert das hier immer? Hast wieder eine Notiz. Die Zeit ist immer noch nicht gekommen. Und es ist schon wieder vielleicht ein neuer Tag, eine neue Notiz, bleib auf dem Weg, schau nicht zurück. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich beende den Park an dieser Stelle, weil das Spiel ist immer zu lang. Bis dahin. Achso, positive Bewertungen und so. Das ist eine Notiz. Das ist alles. Die Zeit ist das? Achso, das ist das?